Ja, hallo! Heute sind wir bei der Jörgs Maschinenvermietung und ich muss ganz echt gestehen, ich bin von den Jungs absolut begeistert, weil die haben mir etwas ermöglicht, was mich, sagen wir mal so, einen ganz großen Schritt voranbringt in meiner Terrasse und zwar, ich darf mir bei denen heute ausnahmsweise eine Maschine vor Ort ausleihen und das finde ich so genial, deswegen mussten wir das filmen, weil normalerweise muss man natürlich die große Maschine einpacken, ins Auto tun und Riesentheater auf der eigenen Baustelle. Aber die waren ausnahmsweise bereit, mit dem Gefallen zu tun. Das heißt, ich habe jetzt eine schöne Terrasseplatte, die kommen jetzt hier schon drauf. Die Maschine ist sowieso der absolute Hammer. Präzise, nein. So, wir starten die. Ich verabschiede mich. Vielen Dank an Jörg Maschinenvermietung, ihr seid die Besten. Dankeschön.